Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 31. Juli. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Janus Wien hier. Ich habe heute wieder zehn Technikthemen für euch vorbereitet. Wir beginnen bei Politikern, gehen zu Elektroautos, zu SpaceX, zu Amazon, zu Samsung, zu Huawei, zu PlayStation Plus und enden bei Pokémon Go. Wir beginnen, wie gesagt, bei der Politik und da gab es in den USA also eine spannende Entscheidung rund um das Thema Blocken auf Social Media. Vor allem immer aus der Sicht von Politikern. Wer jetzt an Donald Trump und seine quasi Twitter-Bands denkt, der ist ein bisschen zu weit oder ein bisschen zu weit gegriffen. Konkret geht es um einen deutlich kleineren Fall. Im Endeffekt geht es allerdings auch um einen ähnlich gelagerten Fall. Da geht es darum, dass eine Politikerin bzw. ein Politiker einen quasi Kritiker auf Facebook geblockt hat. Ein Gericht hat es entschieden, dass das gegen die freie Meinungsäußerung ist und damit quasi widerrechtlich. Wie weit es hält oder wie weit es tatsächlich geht, ist die andere Frage. Im Endeffekt, ob sich ein Politiker jetzt tatsächlich allem aussetzen muss, ist halt die andere Frage. Grundsätzlich wurde es ja nicht blockiert, dass derjenige seine Meinung äußern darf. Man muss ihm ja halt quasi auch nicht zuhören. Freie Meinungsäußerung ist natürlich eine Sache, sich es aber anhören zu müssen, ist auch eine andere. Trotzdem aktuell natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, eben weil auch Donald Trump jetzt angefangen hat, auf Twitter eben User zu blocken. Und noch da schon die Frage war, ob das dann legitim sei oder nicht. Ich denke, dieser Fall wird deutlich weitergehen und bin sehr gespannt, was der für Blüten zutage fördert. Ja, ähnliches Thema. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in Zukunft. Wir haben ein neues Startup rund um das Thema Elektroautos. Das kommt diesmal aus München, heißt Sono Motors und hat vergangenen Freitag das Elektroauto Sion vorgestellt. Was ist jetzt so spannend an dem Sion, ich meine, Elektroautos schießen im Moment dann doch so ein bisschen aus dem Boden quasi wie die Pilze. Es soll auf eine Reichweite von 250 Kilometern kosten, soll dabei nur 16.000 Euro kosten ohne Batterie. Die Batterie soll aber nur unter Anführungsstrichen 4.000 Euro kosten oder mit einer monatlichen Rate bezahlbar sein. Das ganz besonders Spannende ist, es hat in der Motorhaube und in den Türen quasi Solarpaneele eingelassen. Allein über die sollen 30 Kilometer Reichweite je Tag automatisch nachgeladen werden können. Natürlich, 30 Kilometer sind es nicht besonders viel, auf der anderen Seite ist es mal ein relativ interessanter Schritt. Und vor allem der erste Schritt in diese Richtung, da geht natürlich noch deutlich mehr. Im Endeffekt, ja, das Auto braucht jetzt quasi 5.000 Vorbestellungen, ist also so eine Art, sagen wir mal, Kickstarter-Geschichte, damit es tatsächlich dann auch in Produktion geht. 2019 soll es dann in Serie vom Band laufen, wenn es diese 5.000 Vorbestellungen gibt. In den nächsten Tagen und Wochen soll das Auto in 6 Ländern in 12 verschiedenen Städten zu sehen sein und auch schon zu fahren sein, um so quasi Vorbesteller von dem Auto begeistern zu können. Selbst das Auto an sich kann 140 kmh Maximalspitze leisten, also ist nicht unbedingt das schnellste Ding, bietet aber immerhin Platz für 5 Personen und hat einen Motor mit 80 Kilowattstunden. Wir kommen zum nächsten Auto, das schon in Serie quasi produziert wird, der Tesla 3. Vergangenen Freitag gingen tatsächlich die ersten 30 Fahrzeuge an ihre Besitzer. Achim hat es ja angekündigt, es soll einen Livestream geben. Den gab es dann auch zusätzlich vielen, relativ spannende Zahlen heraus. Mittlerweile haben über 500.000 Menschen einen Tesla 3 vorbestellt. Sie wollen dieses, also im August, noch 100 Autos bauen. Im Dezember sollen es dann schon 20.000 Model 3 je Monat sein. In Zukunft soll der Output aber noch weiter und weiter und weiter gesteigert werden. Trotz allem bei dem Output und der Mengen Vorbestellungen, bis dann wirklich jeder seinen Tesla hat, wird auf jeden Fall 2018 noch ins Land ziehen. Wahrscheinlich, da die Vorbestellungen sicher weitergehen werden, erst überhaupt 2019, bis das dann Ding überhaupt normal in den Handel kommt. Trotz allem ist es natürlich ein spannendes Auto. Bei einem Grundpreis von 35.000 US-Dollar aktuell, ungefähr 30.000 Euro somit, ist das natürlich ein sehr, sehr interessanter Angriff, auch auf billigere Preissegmente. Wir bleiben mehr oder minder bei Elon Musk, kommen aber zu SpaceX. Das Unternehmen ist jetzt neu bewertet worden und laut aktuellster Bewertung 21 Milliarden US-Dollar wert. Es ist damit eines der wertvollsten Startups der Welt. Grund dafür, warum es so stark aufgestuft wurde, es gab eine weitere erfolgreiche Finanzierungsrunde. 350 Millionen US-Dollar hat das Unternehmen so mit Leichtigkeit eingenommen. Ja, mit 21 Milliarden US-Dollar jetzt eben eines der bestbewerten Startups der Welt. Wir kommen zu Amazon und dort hat es der Achim ja auch schon am Freitag in der Daily gehabt. Im Endeffekt aufgrund eines leichten Börsenanstiegs, Jeff Bezos kurzfristig der reichste Mann der Welt. Was war der Grund für den Börsenanstieg? Im Endeffekt die neuen Amazon-Quadalszahlen. Da gibt es eigentlich Licht und Schatten. Das Licht unter Anführungsstrichen der Umsatz steigt dramatisch an, um ganze 25 Prozent auf 38 Milliarden Dollar. Wirklich Wahnsinn. Auf der anderen Seite, der Überschuss des Unternehmens ist natürlich gewaltig gesunken. Man hat nur 197 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Woran liegt das Ganze? Na ja, iklar. Amazon investiert halt weiter und weiter in das Thema Wachstum. Einerseits einmal vor allem, wenn es ihre Dienste betrifft, jetzt nicht nur AWS, sondern vor allem halt auch in der Videosparte, wo Amazon tatsächlich sehr, sehr viel Geld hineinpumpt. Auf der anderen Seite hatten wir im letzten Quartal ja einen sehr prominenten Kauf. Da hat Amazon ja die quasi Öko-Supermarkt-Kette Whole Foods gekauft. Die hat ja auch immerhin fast 14 Milliarden US-Dollar gekauft. Das kostet natürlich, lässt es dann den Gesamtgewinn relativ nach unten ziehen. Bleibt abzuwarten, ob die Investition tatsächlich auch was bringt. Amazon wird weiter in die Verlegenheit kommen, mehr Gewinne schreiben zu müssen. Wir bleiben bei Amazon, kommen dort aber zum Amazon-The-Hub. Im Endeffekt, ja, eine recht leichte Idee. Amazon dominiert ja mittlerweile ohne die schon quasi auch die Auslieferung der Dinge und will immer mehr und mehr auch in die eigene Logistik gehen. Der nächste weitere Schritt wäre jetzt eben auch, Amazon bietet eigene Pickup-Stationen an. Dazu dürft ihr es jetzt kommen mit der Hubgit mal ein Konzept für eben eigene, ja, quasi Großbriefkästen, ähnlich wie diese DPD-Empfangsboxen oder der andere Dinge. Ja, spannende Idee. Ich habe mich die letzten Wochen per Zufall aus einem anderen Thema recht stark damit beschäftigt. Wenn man so schaut, was bei uns bei der Post zum Beispiel größtenteils in diesen Boxen drinnen sind, es sind Amazon-Pakete. Warum dann nicht auch gleich eigene Pakete anbieten, wo auch mehrere quasi Lieferfirmen hineinliefern können. Spannende Idee, warum nicht. Großartig, ja, überraschend wirkt sie nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde sie eher sehr naheliegend und auch sehr schlau. Wir kommen zu Samsung und dort gibt es eine relativ überraschende News. Samsung hat Intel überholt und ist mittlerweile der weltgrößte Chip-Hersteller. Das liegt jetzt vor allem an SSD und Flash-Speicher. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, dass der Markt für Desktop- und Notebook-Chips mehr zurückgeht und Intel dementsprechend relativ schlecht aufgestellt ist, auch bei mobilen Chips. Dementsprechend Samsung sich immer mehr und mehr herangeschlichen hat und mittlerweile Intel einfach überholt hat. Während Intel einen Umsatz von 14,4 Milliarden schafft, schafft die Samsung-Halbreitersparte mittlerweile 15,6 Milliarden US-Dollar Umsatz. Wir kommen zu Huawei und dort gibt es eine für mich zumindest überraschende News. Huawei will sich aus dem Billig-Smartphone-Segment zurückziehen. Ein einfacher Grund. Im Endeffekt gibt es die Tochter Mark der Honor, die ihren Job auch ganz gut macht. Gerade in den letzten Monaten sind sich die ja durchaus ins Gehege gekommen. Da waren ja dann die besten Modelle durchaus sehr, sehr konkurrenzfähig zueinander und Huawei hat nicht nur mehr quasi am unteren Ende das Honor-Segment abgegriffen, sondern umgekehrt auch. Jetzt möchte man sich da wieder aus dem Weg gehen. Huawei möchte quasi die großen Flaggschiffe angreifen, während Honor halt am unteren Ende abgrasen soll. Ich finde diesen Nicht-Angriffspakt durchaus schlau. Wir kommen zu Sony und zu PlayStation und da gab es eine eher unerfreuliche News, die auch für ein bisschen Aufsehen auf Twitter gesorgt hat. Im Endeffekt Sony's PlayStation Plus wird ab 31. August 2017 teurer. Das Jahresabonnement um 10 Euro, das Vierteljahresabonnement um 5 Euro und das Monatsabonnement um 1 Euro. Also im Endeffekt, ja, ein Preis plus bei PlayStation Plus, trotz allem mit 60 Euro im Jahr, finde ich es immer noch recht leistbar. Bleibt natürlich Geschmacksfrage angesichts der Gratisspiele, die gerade auch im August sehr, sehr spannend sind, ist es aber vielleicht verkraftbar. Wir schließen mit Pokémon Go und dort gab es ja zum Geburtstagsevent in Chicago relative Probleme, sage ich mal. Das hat jetzt insofern Auswirkungen, dass auch die Pokémon Go Events, die jetzt kommen sollen, diese Safari Zone Events in Europa, verschoben werden. Grund dafür dürfte eben vor allem sein, dass man Angst davor hat, dass auch diese floppen. Ja, floppen insofern. Ich hoffe, eure Woche floppt nicht, auch wenn jetzt gerade erst Montag ist und wir noch 5 Arbeitstage vor uns haben, insofern ihr keinen Urlaub habt. Ich hoffe, ich kann euch da gemeinsam ein bisschen durchbegleiten und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Schönen Tag und ciao! Hört mehr Geek Talk!